Part 2 Da oben, irgendwo, verlinke ich euch das letzte Q&A, denn da haben wir über mein berufliches Leben gesprochen, meinen Werdegang und was ich eigentlich so mache. Und einige Fragen waren ja nicht dabei, denn dieses Video dreht sich um mich persönlich. Und deswegen starten wir jetzt mit der ersten Frage. Und zwar, wie alt bist du? 27, denn ich hatte ja am 26.12. Geburtstag, das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Demnach bin ich 1991 geboren, das ist vielleicht sinnvoller, weil wenn jemand das Video in 10 Jahren guckt, bin ich nicht mehr 27, aber immer noch 91 geboren. Wo wohnst du? Ha, das ist wieder eine Fangfrage, sehr schlau. Ich wohne aktuell in Hannover, ich bin auch in Hannover geboren. Aber, da sich das mit der neuen Werkstatt jetzt ja so ein bisschen verfestigt, könnte es sein, dass ich bald im Umland von Hannover wohne. Wo genau? Und das ist auch eine Frage, die ich öfter kriege, kann ich leider nicht beantworten. Weil, ja, Privatsphäre ist ja auch manchmal ganz schön, ich teile ja schon relativ viel von meinem Leben. Aber einfach, also Besuch jetzt vor meiner persönlichen Haustür hätte ich ungern. Insofern, gute Fangfrage, im Moment schwer zu beantworten, aktuell in Hannover wohne ich und wo es hingeht, muss man abwarten. Und ich wohne natürlich theoretisch auch in Schweden, denn da gehört mir ein Haus. Also, ja. Die nächste Frage ist sehr, sehr gut. Bist du verheiratet oder glücklich? Hm. Ha, beides. Ich bin glücklich verheiratet. Äh, tatsächlich auch schon ein paar Tage länger. Also, ich bin jetzt, glaube ich, im vierten Jahr meiner Ehe bald. Und ich bin immer noch glücklich, sehr glücklich sogar. Ja, schöne Antwort, ne? Das passt dann auch nämlich zu der Frage, die danach kommt. Was macht deine Kamera-Ehefrau eigentlich beruflich? Meine Videos schneiden. Nee, das ist natürlich nicht ihr Hauptberuf. Meine Frau ist Journalistin und Autorin. Und, ja, das hat sie auch gelernt. Letztes Jahr hat sie ein Buch geschrieben. Sie macht Imagefilme, sie macht meine Filme, beziehungsweise wir machen sie zusammen. Und ansonsten arbeitet sie als Journalistin. Das ist ihr Job. Schön, dass das jemand fragt, weil das ist ja auch eine spannende Person. Ich bin ja nicht nur allein hier. Hast du Kinder? Passt zu der Frage danach. Was für Hunde hast du? Also, wir haben zwei Hunde im Moment. Das sind natürlich keine Kinder, aber es ist so ähnlich. Aktuell habe ich noch keine Kinder, aber... Abwarten. Also, ich bin nicht abgeneigt. Kommt noch. Und was für Hunde habe ich? Tja, das sind beides Mischlinge. Der eine ist ein Jack Russell Pointer Mix, wo noch irgendwas anderes drin ist. Und der andere ist ein Chihuahua Dackel Mischling. Und weil jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, der noch keine Bilder gesehen hat, sich denkt, was soll das denn sein? Ja, ich blende euch jetzt hier so ein Foto ein. Die sind auf jeden Fall ziemlich niedlich. Man kann dazu noch sagen, Rocco, das ist der weiße Hund, den habe ich jetzt schon sieben Jahre oder so. Und Hanni haben wir jetzt, das ist die kleine braune, logischerweise nach dem Ausschlussverfahren. Die haben wir jetzt sechs Jahre, glaube ich. Und dementsprechend sind die beide auch schon ein bisschen älter. Also sind beide so um die acht, neun Jahre rum wahrscheinlich. Wir haben sie nicht als Welpen bekommen. Ich habe Rocco aus einer schlechten Haltung in Deutschland direkt von einer Familie abgeholt. Und Hanni kommt aus Rumänien über den Tierschutz. Jo, die sind ganz schön niedlich. Meine Lieblingsmusik. Da würde ich euch auch gerne was einspielen. Aber ich weiß ja, dass das jetzt mittlerweile keine gute Idee ist, weil sonst das Video sofort GEMA-mäßig zerschossen wird. Ihr müsst euch was darunter vorstellen. Also ich höre relativ viel Metal, aber auch kein normal Metal, sondern eher so Deathcore und Metalcore. Also schon Musik, die etwas aggressiver ist. Die habe ich früher auch tatsächlich selber gemacht. Vielleicht hat es deswegen mit der Schule nicht so gut geklappt. Das ist das eine. Das höre ich sehr, sehr gerne. Das höre ich auch schon seit 15, 16 Jahren. Sehr lange. Und was ich auch sehr gerne höre, ist asiatischer Hip-Hop und Rap. Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber das höre ich auch sehr gerne und auch sehr viel. Wenn jemand da Musik-Tipps haben möchte von mir, dann schreibt das unten rein. Dann nenne ich euch so ein paar Künstler, die ich sehr cool finde. Da gibt es nämlich einige. Mein Lieblingsessen. Sind wir auch wieder in Asien. Also ich liebe eigentlich alle asiatischen Nudelsuppen. Wie man, glaube ich, hier oder hier unschwer sehen kann. Ich habe auch eine auf meinem Hals tätowiert. Das ist das geilste Essen, was es gibt. Also Nudelsuppen könnte ich den ganzen Tag essen. Da könnte ich mich reinsetzen. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr euch jetzt darunter nicht so viel vorstellen könnt, tut mir das natürlich leid. Ich weiß, dass es das nicht überall gibt. In Köln gab es einen sehr, sehr guten Japaner. In Düsseldorf direkt um die Ecke auch. Also wer da in der Nähe wohnt, sollte auf jeden Fall zu Takumi gehen und sich eine Rahmensuppe bestellen. Da fliegt ihr komplett weg, wenn ihr die esst. Ja, also das ist mein definitives Lieblingsessen. Was macht euer Haus in Schweden? Seit dem letzten Mal waren wir nicht da, weil Winter ist. Und dann ist es definitiv ein bisschen zu ungemütlich noch, ohne dass das Haus gedämmt ist. Was allerdings seitdem passiert ist, ihr erinnert euch vielleicht, ich verlinke euch das Video auch irgendwo da oben. Oder vielleicht da unten. Das geht zwar gar nicht, aber vielleicht mache ich das trotzdem. Da hatte ich ja den Boden im Badezimmer rausgerissen und die Dusche und das alte Klo, weil wir ja ein neues Badezimmer bekommen. Und ich denke, Stand heute dürfte das wahrscheinlich halbwegs irgendwie vielleicht fertig sein. Keine Ahnung, die Handwerker da sind sehr, sehr nett, aber die haben auch echt ihr eigenes Tempo. Also, ja, das ist das, was ich weiß. Die arbeiten da. Vielleicht sind sie fertig, vielleicht auch nicht. Was ganz schön ist, weil das bedeutet, wenn wir das nächste Mal nach Schweden fahren, haben wir ein Klo, was wir benutzen können. Das ist ja schon mal ein riesengroßer Vorteil zu keinem Klo. Und wir haben auch eine Dusche und fließend Wasser. Das heißt, das ist schon ein Riesenupdate. Und die Frage, die da nachkommt, wann hast du geplant, nach Schweden auszuwandern? Boah, ihr stellt echt manchmal Fragen, die irgendwie schwer zu beantworten sind, weil ich das selber nicht weiß. Also, jetzt aktuell natürlich nicht, weil ich jetzt zur Schule gehe und dieses Jahr auch nicht, weil ich jetzt mit meiner Werkstatt wahrscheinlich umziehe. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir fest auswandern. Also, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir irgendwann vielleicht das teilen. Ein halbes Jahr in Deutschland sind, ein halbes Jahr in Schweden. Vielleicht der Sommer in Schweden, denn der ist da sehr schön. Der Winter natürlich auch. Aber im Sommer werden da auch Handwerker relativ dringend gebraucht. Das sehen wir jetzt bei unserem eigenen Haus. Das heißt, aktuell kann ich mir sehr gut so eine Zwischenlösung vorstellen. Dass man mal hier ist, mal da. Das funktioniert ja mit meinem Beruf als Produktdesigner auch relativ gut. Aber so ganz genau kann ich das nicht sagen. Also, irgendwann, wenn ich alt bin, könnte ich mir gut vorstellen, da zu wohnen und da einfach mal meine Ruhe zu haben. Aber ich bin noch nicht alt. Ich bin erst 27. Abwarten. Und als wäre diese Frage nicht schwer genug gewesen, wovon träumst du? Keine Ahnung, von einer Million Sachen. Wahrscheinlich ist das nicht so wörtlich gemeint. Ich träume natürlich wie jeder andere von allen möglichen. Meistens träume ich, wenn ich schlafe, um es jetzt mal so richtig doof zu beantworten, von meiner Arbeit. Letztes Mal gab es ja die Frage, was ist dein schwierigstes Projekt? Und da habe ich gesagt, das aktuelle Projekt ist das schwierigste Projekt. Und das spiegelt sich sehr in meinem Schlaf wieder. Also, ich träume schon sehr viel von der Arbeit, weil ich da drüber nachdenke, wie ich manche Sachen machen kann, wie ich Probleme lösen kann. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also, da kommen ja auch gute Einfälle. Aber das ist natürlich nicht wie die Frage gemeint. Ich denke, die Frage ist eher gemeint, wovon träumst du auf meine Zukunft gesehen? Und auch das ist natürlich eine sehr große Frage. Also, ich hoffe und träume, ich träume nicht, ich gehe davon aus, weil ich mir dafür den Arsch aufreiße, dass ich meinen Tischlermeister dieses Jahr fertig bekomme und das auch bestehe. Das würde mich sehr freuen. Ich träume natürlich sehr davon, eine neue Werkstatt zu finden, was auch aktuell gar nicht so schlecht aussieht, weil ich, wie ich schon mal gesagt habe, hier nicht mehr so richtig gerne hinkomme. Und wovon ich auch träume ist, dass ich euch mehr Inhalte geben kann. Das ist ja auch ein Plan für dieses Jahr, dass wir die Projekte wesentlich detaillierter machen und mehr einzelne Schritte angucken, damit einfach noch mehr gezeigt werden kann, dass ihr noch mehr seht und vielleicht versteht, wie manche Sachen funktionieren, beziehungsweise nicht, wie es allgemein funktioniert, sondern wie ich das mache. Das heißt nicht, dass ihr das auch so machen müsst, aber ihr könnt. Und den Freiraum dafür würde ich mir wünschen, dass ich mehr Zeit dafür habe, dass ich das besser ausnutzen kann. Weil ich merke an vielen Kommentaren immer wieder, dass es viele Leute gibt, die sich darüber freuen. Es soll auch Menschen geben, die hören mir gerne zu. Das ist ja auch ganz schön, denn die letzten zwei Videos mit diesem eingeschlossen, beziehungsweise die letzten drei Videos erzähle ich eigentlich am laufenden Band. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Ich möchte das, was ich weiß, weitergeben und hoffe, dass da jemand was daraus lernen kann. Und dafür hätte ich gern mehr Zeit, weil das finde ich sehr schön. Lehren ist eine schöne Sache. Lehren ohne Belehren, das ist noch besser, weil ihr müsst es nicht so machen. Ihr könnt es so machen, ihr könnt alles, was ihr lernt, mitnehmen. Und wenn ihr es nicht braucht, dann schmeißt das wieder raus. Und wenn ihr was mitnehmt, dann freut mich das sehr. Und das wünsche ich mir mehr. Bestimmt wünsche ich mir noch andere Sachen, aber die weiß ich im Moment nicht. Insofern, das reicht ja auch erstmal. Das nächste Mal gibt es hoffentlich dann wieder ein Projektvideo. Das würde ich mir wünschen. Hängt aber davon ab, wie es mit der Werkstatt läuft. Denn das kann man auch schon mal deutlich sagen, wenn das jetzt alles so klappt, wie ich mir das wünsche, dass das zeitnah klappt, dann wird natürlich ein sehr großer Teil erstmal der Umzug sein. Denn ich muss das, hatte ich im letzten Video schon gesagt, natürlich irgendwie vor meinem Meisterstück im besten Fall hinbekommen. Das ist im Juni, beziehungsweise da muss ich dann bauen. Also warten wir mal ab. Aber ich hoffe, das nächste Video ist ein Projekt. Und ich sage mal so, ein Umzug wäre ja auch ein Projekt. Insofern, in diesem Sinne, nochmal danke für eure tollen Fragen. Ihr könnt weiterhin Fragen schreiben. Wenn es einfache Fragen sind, beantworte ich sie einfach direkt als Kommentar. Und ansonsten machen wir in einem halben Jahr wieder so ein Video und beantworten ganz viele Fragen. Und dann sind wir alle wieder ein bisschen schlauer und wissen mehr. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Und dann wiederholen wir uns.